Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Grounded unser Spiel und wir sind hier heute wieder mit dem Marcel. Hallo Marcel. Hallöchen, Popöchen. Ja, Popöchen gibt es gleich. Gibt gleich auch Popöchen. So. Ähm, was? Ich habe selber eine. Komm her. Ja. Nein. Gut, 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 gut. Also wir wollen mal heute zusehen, das war die Schnorchel uns bauen, weil die Burgelschips, die interessieren mich auf jeden Fall, die hinten im Teich sind. Einige Updates hatten wir. Das heißt, es hat sich einiges verändert. Essen, Trinken ist nicht mehr so, ja, reichhaltig, wie es ursprünglich mal gewesen ist. Und auch einige andere Dinge haben sich verändert, wie zum Beispiel, dass auch neue Kreaturen da sind. So, ähm, ja, und neue Bereiche, ganz genau. Neue Bereiche, ganz wichtig. Und da finden wir dann zum Beispiel auch Kellerasseln und so weiter. Aber soweit sind wir nicht. Wir wollen jetzt uns das Gras holen. Das bedeutet, jetzt erstmal brauchen wir das Messer. Und, Moment, wie heißt es doch gleich, das, ähm... Ne, Gras? Achso, du hast die Spinnen fangen durch. Genau, Spinnen fangen durch. Mit dem müsste es eigentlich funktionieren. Und, ich höre den Koi hier irgendwo. Oh, ich bin gerade nicht begeistert. So. Was? Wir sind hier freut. Ja. I'm not in use. So. Wollen wir mal gucken, was ist denn hier überhaupt das Gras? Wie sieht das aus? Seekras, das Gras unter Wasser. Ja, ja, hier gibt es braunes und grünes. Ah, ja. Seekras, da habe ich es. Yeah. So, ich habe schon zwölf. Nein, jetzt ist er doch irgendwo. Nein, 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 nein. Komm her. Ah, da können wir nicht. Oh, wie Flo. Oh, wow. Irgendwo hinter mir war, war Flix nochmal. Wasserflohfleisch. Ah, du hast ein Wasserfloh erwischt. Sehr schön. Du bist. Ein Blubberblüschchen. Plups. Sehr schön. Okay, okay. Ja, ich versuche hier gerade herauszufinden, wo der Koi ist, weil ich habe eigentlich keine Lust von der eingesogen zu werden. Deswegen stehe ich hier noch immer rum. Egal, jetzt rein da. Okay. Dann will ich auch mal. Rüber und rein. Ah, was habe ich hier? Ähm, wüsst. Erntetaste. Wieso zeigt er mir nicht, was es ist? Ich habe es eben ganz kurz gesehen. Ruder, irgendwas, Wanze. Okay, gut. Gras, Gras, Gras. Unfassbar. Ich bin schon wieder rausgeflogen. Würst. Aber Flotto, wieder rein hier. So, komm. Luftglase. Yes. Geht das hier auch? Nee. Wassergras. Wassergras. So. Halt. Wann. Alles weg. Okay. Wo ist der Koi? Da hinten. Zum Glück noch weit weg. Erstmal wieder hoch. Eine Kaukappe. Ich habe hier eine Kaukappe. Ja. Okay. Jetzt ist Grounded komplett abgestürzt. Auch schön. Auch schön. Aber nicht hilfreich. Nicht wirklich? Nee. So, neun habe ich schon. Ups. Ich habe zwölf Stück. Ja, ich habe jetzt auch zwölf. Nein, da musst du nur auch analysieren. Ja, ich muss sowieso noch einiges analysieren, denn das ist auch neu, dass einige Sachen jetzt plötzlich zu analysieren sind. Alle. Analyse. Weniger Trängel. Vielleicht mal ein bisschen langsamer reden. Nein, los, komm hoch. Boah, das war knapp. Ich bin zu tief getaucht, das war nicht gut. Das war eben nicht so gut. Okay, okay, okay. So, nein, 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 nein. Alles schön, alles schön. Nee, auf jeden Fall muss ich jetzt erst mal ins Labor ein paar Analysen machen. Jetzt lasst mich doch endlich mal ins Spiel rein. Auf jeden Fall, unser Seerosenblatt ist jetzt noch höher, wie es früher war. Zumindest macht es der Anschein. Das sah eigentlich auch normal aus. Nö, dann wo das Häuschen draufsteht, das ist irgendwie höher. Also zumindest aus der Ich-Perspektive sah es so aus. Würde ich jetzt mal sagen. Und die Ausdauer geht irgendwie auch schneller runter. Ich glaube, wir sollten mal nach den Mutationen gucken, ob die überhaupt noch aktiv sind. Ja, aber einer ist raus. Okay. Du hast am Anfang jetzt nur noch zwei. Ich guck mal, er findet, dass ich hier schon wieder nicht. Wenn es nicht klappt, dann sag Bescheid, dann gehe ich noch mal kurz raus. Jetzt haben wir den hier. Ich mache es noch mal über das Team. Und das kann ein Problem nehmen. In der Free Food auch verloren ist gut. Wie, bitte? Wie, es gibt nur noch zwei. Jetzt? Ja. Das andere musst du mit den Milchmolekülen. Freischatten. Na, super. Na, super. Okay. Moment. Ah ja, ich bin nur noch oben. Oh, was? Liesel. Derbenschutzspiel. Wie gesagt, wenn es nicht klappt, dann sag Bescheid. Ich mache mal kurz nochmal hier Xbox-Netzwerk prüfen. Okay. Segrasfaser können wir jetzt genau. Der Faserverband, den können wir jetzt auch nochmal analysieren. Oder Wanzenflosse und den Minchstück. Also das Minchstück hatten wir ja letztes Mal ja nicht analysieren können. Dieses Mal können wir es. Ja. Ja, und hier hat sie nicht kennen, das geht immer noch 3. Ah, 30 pw. Okay. Ah, und ganz unten siehst du auch. Was ist denn die E 971 Items? Ja, die haben die Namen noch nicht. Ich glaube auch. Nun schmalz. Okay. Interessant. Mach ich das mit dem Verband. Ja, machen wir einfach mal. Und was machst du denn verstanden? Analysieren. Achso, ja, mach. Ja, 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 habe ich, habe ich, habe ich. Bereits bekannt. Augenklappe. Super. Das war ja hilfreich. Ja, das wird alles schon bekannt sein. Aber war nicht genauso. Äh, ich war letzten noch so stolz drauf, dass es hier kein Levelsystem gibt, aber scheinbar geht sie ja, Hirnschmerz Level 9. Weil ich finde das echt mal toll, dass es kein Levelsystem gab. Im Grunde ist es wie vorher, nur hast du jetzt eine Tabelle dafür. Schwimmende Markierungen kann ich jetzt auch, okay. So, Spiel betreten. Noch. Ich zeug mir kein Spiel an. Okay. Ja, da sich ja sowieso einiges geändert hat, dann bin ich nochmal kurz raus, lockt neu ein, dass du dann dazu kommst, würde ich sagen. Dieses Xbox. Ja, ja, es ist echt schlimm. Ja, 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 speichern. Alles gut. So, wie wir sehen, das Bild hat sich hier auch geändert. Äh, ja, ist interessant, sagen wir es mal so. Finde ich ganz gut. Voll die Irren fliegen hier. Fortfahren. Nein, kein Passwort, kein Passwort. Hast du gehört, Marcel, kein Passwort. Yep. Gut. So, ich frage gerade in meiner WhatsApp-Gruppe, ob es bei denen auch so ist. Ja. Mein Name ist Peter. Ich bin multiplayer-Fliegen. Okay, ich bin wieder dabei zu laden. Du, ich glaube auch schon. Achso, gut. Das Gewehr und richtig ist auf Netzwerke. Wie bitte? Mein Gewehr lade ich uns richtig auf Netzwerke. Okay, also ich bin wieder drin. Wie sieht es aus bei dir? Und der Stockrad und... Geht's? Ja. Sehr schön. Ich bin schnell hoch, 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 hoch und ertrink ich. Achso, was gerade unter Wasser ist zurückgeflogen bist? Ja. Unangenehm. Von gar nicht, das ist auch ein Soundback. Ah, klasse. Oder hören die sich, hören die sich so an? Ich weiß nicht, was du meinst. Achso, Moment. Ah, auch die die Kautkappen klingen so komisch. Ja, wenn die eine Kautkappe, die habe ich eben nicht erwischt, weil ich mich mit dem Gras beschäftigt habe. Und... Da habe ich das ein bisschen aus den Augen verloren. So, wo werden wir das finden? Das müsste doch der Schnorchel hier zu sein, oder? So, was haben wir denn da? Joa, Beschreibung nix. Auch schön. Sieht doch mehr nach einem Pfeil aus. Ich brauche einen Federpfeil dafür, oder? Dann ist das ein Pfeil. Okay. Aber Pfeil 3, wie geil. So, das dürfen wir eigentlich erstmal genug haben, ne? Inwiefern? Für die Tauchersachen. Na, ich hoffe doch. Ich hoffe doch. So, jetzt muss das aber... Ach, da ist der Kiegel durch. Täuschköder. Auch schön. So, dann finde ich das vielleicht bei Rüstung. Bienengesichtsmaske. Aha. Brauche ich aber nicht. So, ein Blasenhelm können wir noch nicht machen. Äh, Blasenhelm. Entschuldigung. Ja. Weil versunkener Knochen fehlt uns. Na dann. Aber ich habe hier gerade irgendwie... Hä? Was ist hier los? Hier hast du dein Blasenrohr. Kiegelrohr. Entschuldigung. Noch schlimmer. Kiegelrohr. Ja. Sagen Sie es, zweimal brauchen wir noch. Was brauchen wir? Nein. Hier, ich habe das falsche Stück gebaut. Ach so, hast du schon. Und die Gasmaske, wie sieht es da aus? Haben wir alles da. Die brauchen wir eh noch nicht. Ja, ist ja egal, aber wir können sie bauen. Ja, dann bau sie. Ja. Die kann ich mindestens zweimal bauen. Dann mache ich das doch. Und, hä? Wieso kann ich die nicht bauen? So, Meerjungfrau haben wir noch nicht. Märchen würde ich nur gleichartig. Fähne Zutaten, nix. Werkbank. Moment, bin ich nicht an der Werkbank? Bin auch an der Werkbank. Ich bin noch an der Werkbank hier, oder nicht? Moment. Da, Kienrohr. Nö, ich kann es nicht herstellen. Du sollst das Kienrohr auch nicht herstellen? Nein, nicht Kienrohr. Quatsch, Gasmaske. So, jetzt doch. Ich kann sie herstellen. Okay, zweimal. Üff. So. Die Gasmaske lege ich dir hier rein. Gut. Ich kann dann auch erstmal da drinne bleiben. Okay, wo ist das Kienrohr? Oh. Ach, da auch drinne. Ja, Augen auf. Ich sehe kein Kienrohr. Augen auf und kristall ist es doch. Ja, gefunden. So. Dann. Ausrüstung. Ein Stückchen trinken. Und dann gehen wir runter. Ja. Entschuldigung. Moment, da will ich hin. Okay, was tauschen wir aus? Ja, die Schaufel tausche ich aus. Und... Die Axt. Nö. Verband. Nö. Mach mal was so. Jo. So. Okay, so. Wie war der Plan? Was, 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 was? Du wolltest was trinken und dann los. Genau. Okay. Du musst wahrscheinlich auch was trinken. Erstmal esse ich was. Eine gute Idee. Okay, zwei. Ja, funktioniert. Jetzt. Okay. Folge mir. Halt, stopp, zurück. Ja, ich denke auch. Ja, auf jeden Fall können wir jetzt 80 Sekunden, also schon mal die Hälfte mehr, also das Doppelte. Ja, die Hälfte. Aber wir sollten uns Dings noch holen. Ja, bitte. Licht. Ah, ja. Jetzt komme ich hier nicht hoch. Das war doch bestimmt hier. Hm, ich brauche die Fakten gleich. Eins. Oh, nur einer. Wir brauchen noch mehr Seegrasfasern. Äh, wie viel brauchst du? Ich habe... Ja, schmeiß rein. Nee, irgendeine Küsse. Jo. Ich habe vier Stück pro. Ich habe noch 18. Okay. Eins. So, sind in der Kiste. Äh, ein Seerosenwachs wäre noch gut. Ein Seerosenwachs haben wir da. Reinladen. Na, da müsste doch hier drunter was sein. Ja. Reichlich. So. Kommt schon. Und auch in die Kiste rein. Sechs Stück habe ich jetzt. So. Während ich jetzt noch an der Kiste bin, hast du das Seerosenwachs jetzt zur Verfügung? Ja, klar. Weil an die Kiste könntest du ja jetzt hier nicht, deswegen frage ich. Nö, ich habe das Zeug jetzt hier reingepackt. Ähm. Okay. In der Kiste. Moment. Ah, da unten. Gut, haben wir auch. Ähm. Ähm. Wow. Das macht aber echt ganz schön viele Fehler. Das musst du dir hinterher mal angucken. Also, vor die Grafik-Bugs habe ich hier. Wo lege ich Ihnen das jetzt noch rein? Na, na, na. Moment. Die Axt war da, ne? Ja, die Axt. So, das rüsten wir doch direkt aus. Ah. Die Leiter haben wir jetzt gerade nicht. Nehmen Sie sich aus der Hand. Was? Noch nicht? Ja, na, na, erst unten, wenn es so richtig dunkel ist. Ach so. Okay. Sonst brauchst du Licht. Okay. Aber es wird langsam dunkel. Wie spät haben wir das denn? 1847. Ja, unter Wasser sind natürlich 1000 Wollspinnen. Ja, genau. Hä? Du weißt doch ganz genau, dass sie auch Dinge sagen. Ähm. 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 Ja, schwimmen heute. Hast du das noch nicht gesehen? Ja. Völlig normal. So. Ich sollte vielleicht mal kurz auf der Karte gucken. Wo müssen wir denn? Ah. Äh, ja. Ich bin doch kurz davor. Wie cool. Aber mir folgst. Warte. Wieso? Wo willst du denn hin? Ja. Ich wollte ein Bogelchip schnell holen. Ja. Das ist auch eine Folge mir. Ja, okay. Ja, warte mal. Jetzt muss ich erst mal finden hier. Ähm. Ähm. Wo du seinst. Wo du seinst. Ähm. Fast gut. Na, soweit. Ach, da unten. Gut, dann tanke ich noch mal schnell Luft. Ja, mache ich eine ganze Zeit schon. Ja. Lups. Gut. Ich komme. Ein bisschen. Seh. Was? Irgendwas ist hinter mir. Ah. Ja, stimmt einfach. Ah. Hilfe. Ne? Was ist denn das hier? Kabel? Ja, Schlauch. Schlauchkabel. Wie auch immer. Äh. Eher ein Stromkabel. Na, das sieht schon ein bisschen aus wie ein Schlauch. Und hier steht auch drauf O2. Wow. Was ist denn das? Cool. Mein Dino. Genau. So. Da haben wir einmal links. Ah. Hey, noch mal 100. Moment, du bist falsch abgebogen. Nein. Du bist abgebogen und ich bin noch vorbeigeschwungen. So, wenn wir die Schaufel nehmen, können wir hier diese Keuschum abbauen. Moment, 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 Moment. Praktischerweise haben wir hier eine Lampe. Wen können wir abbauen? Rechte denn nochmal erstmal kurz wieder hoch? Da oben hin. Ich habe nur noch 32 Sekunden Luft. Warte mal, wo war die Luftblase? Hier oben. Ah, da. Sehr schön. Yes. Gut, dann wieder runter. Und fackel. Was ist die Fackel? Ja. Da. Okay. Hier und macht's einer. Da. Da bist du. Ich seh schon, die Zeit läuft schnell. Hier und doch. Ah. Ich denke, die Schuppe nicht mit. Jetzt hast du es doch. Ja, weil du sie geholt hast. Achso. Hm. So, wir brauchen Luft, 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 Luft. Ja. Was ist das? Ich habe einen. Achso. Achso. Ne, benutzt du mal eine Schaufel. So, eingesackt. Luft, Luft, Luft. Verdammt, verdammt. 15 Sekunden nur noch. Nein. Nein. Ah, hier. Luft. Wo war's? Nein. Ich bin tot. Äh, ich auch gleich. Nein. Ah, wir werden sterben. Okay, ein bisschen unterschätzt. Oh Gott. Ja, ich glaube auch. Aber wir haben alles noch an. Das heißt, wir können noch mal runter. Jo. Nach dem Sterben sind wir ja normalerweise noch komplett ausgerüstet bei dem, was wir anhatten. Ist dann zerstört. Richtig. Das ist ja das Praktische dabei. So. Ich sehe meinen Rucksack gar nicht. Höh. Nein. Eine blöde Spinne hier. Nicht prügel, sondern durch, ne? Naja, ich versuche hier gerade einen Look zu kriegen. Ja. Hat geklappt. Okay. Spinne habe ich auch. Gut. Wollen wir nochmal schnell Luft holen hier. Das hat nicht geklappt. Na, komm. Darum ist das schon mal gut. So, jetzt muss ich dich aber erst mal finden. Warte mal. Gar nicht so einfach. Glaublich. Ja, oben, unten, vorne, rechts, links, das ist ja alles möglich hier. Einfach den komischen Propellerin folgen. Die hast du so einen Strom. So einen Wasserstrom. Ach, da bist du. Okay, also ganz woanders. Was, wem folgen? Du hast so eine Wasserstrompumpendinger. Du meintest jetzt wegen dem Kabel? Nein. Du siehst du da wohl so einen komischen Wasserblasen rauskommen. Ja, ja, ja. Für mich der Puro-Wissenschaft. Sehr schön. Scheiße. Warum? Oh. Mist. Warum? Ah, ganz knapp. Warum? Was denn? Der Tod. Schon wieder. Nein. Okay, der Counter steht jetzt so 2 zu 1. Haha. So, falsche Richtung. Da muss ich hin. Du bist auf jeden Fall da, wo du so einen Luftfläschen rauskommst und dadurch kannst du dich ein bisschen schneller und fortbewegen. Okay. Ich sehe auf jeden Fall den Rucksack, wo er ist. Das ist schon nicht schlecht. Aber. Hä? Ah, das ist dein Haar? Jo. Du bist also schon mit dem Labor, ne? Ne, ich bin noch nicht im Labor. Und dann kannst du meine Reiche haben. Ne, ich habe meinen Rucksack hier noch nicht. Der muss sich hier oben irgendwo an der Decke sein. Na, meiner ist immer im Labor. Deiner ist im Labor? Achso, ein Labor unter Wasser. Ja. Achso. Da will ich ja hin. Okay. Luft, 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 Luft. Und wo war es? Wo war es? Ich habe es hier irgendwo gesehen. Da. Schon wieder. Komm, komm, komm. Okay, hier kriege ich schon mal genügend Luft. Wie, noch eine? Oh nein! Ah, komm, jetzt weg hier. Okay. Wo ist der Rucksack? Neun, acht und... Boah, geschafft. Hm, hm, hm. Uff. Moment, eben habe ich doch noch den Rucksack gesehen. Was ist jetzt hier los? Ich mach mal hier und ich mach mal noch nichts. Ja. So, wie die Leute das auch sehen. Uah. Bro, sag, 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 heul! Sehe ich den Rucksack schon wieder nicht. Ich werde wahnsinnig. Wieso sehe ich den von oben? Und dann von unten wieder nicht. Ich kann ja leider nicht helfen. Ich sehe den Rucksack nicht. Ja, ja, ist nicht. Ist klar, ist klar. So, da sehe ich ihn. Wo sind denn wir gewesen? Du bist jetzt runtergeschoben, ne? Naja, ich bin momentan am Grund. Genau, du musst weiter hoch. Weil am Grund ist der Rucksack nicht. Der ist oben, in der Höhle. Oh, der Koi ist über mir. Nein! Weg hier. Aber dem bist du komplett falsch. Weg, 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 weg. Aber dann bist du richtig krass falsch. Keine Ahnung, wo ich bin. Du folgst wieder den Schlauch runter? Ich bin ja unten gewesen. Der darf aber kein Koi. Etwas weiter oben war er. Doch, doch. Ja, der bist du trotzdem falsch geschwommen. Du bist wieder rausgeschwommen. Ja, jetzt bin ich wieder raus. Na klar, ich bin ja vom Koi geflüchtet. Ja, aber wenn du da warst, wo wir waren, kommt kein Koi hin, weil das ist ja unser. Ja, es wäre nett, wenn du vorbeikommst, weil ich finde, die Stelle schon mal nicht mehr. Du musst eigentlich nur zu meinem Namen. Ich sehe dich nicht. Ah, jetzt. Jetzt sehe ich dich. Irgendwas leuchtet doch da hinten. Was ist das denn? Ach, das ist bestimmt das Labor. Ah. So, was ist das hier? So was ähnliches wie ein Ball. So, bis 30 Sekunden warte ich hier. Danach muss ich noch Luft ruhen. Okay. Aber rein theoretisch wüsstest du, so wie ich bin, zu mir kommen. Na, wenn ich jetzt noch das so finde, dass ich da reinkomme, weil ich habe nur noch 44 Sekunden. Äh, ich sehe nicht, wo du bist. No way. Das war auch, dass siehst du wieder. Ein kurzes Luft, wo ich mich wieder drun. Böde ist zurück, äh, hin und zurück ist ein bisschen blöd. Äh. Wie ist es? Ja. Da oben bist du noch. Ja, komm doch mal kurz hierher. Ja, das schaffe ich es jetzt nicht. Nee, nee, nee. Du bist aber nögelig. Ich soll nicht das werden, du bist das alles ausgeleuchtet. Du musst nur ihm nicht folgen. Du bist gut, ich habe da keinen Eingang gefunden. Das ist eine Riesenhöhe. Na gut, du siehst du auch nicht, wenn du einen Punkt vor deiner Nase hast. Ja, okay. Zum Beispiel. Du musst du Luft holen. Ja, mir fehlt nämlich die Fackel. Denn die zweite Fackel ist ja im Rucksack. Geht bestimmt gleich schon wieder drauf. So, ich komme jetzt nicht holen. Ja, gute Idee. Kommen wir auf jeden Fall entgegen. Sehr gut. Boah. Da. Oh nö. Was ist denn los? Schon wieder drauf gegangen? Ja. Shit. Also die Stelle hier ist echt nicht so gut. Ewig habe ich hier eine Wasserspinne. Ach komm. Äh. Nein. Ich bin auch gleich tot. Weg hier. Weg, 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 weg. Oh. Ah, nö. Das ist nicht so gut für dich. Das ist nicht schön. Das läuft gar nicht so gut. Ah, schon wieder rausgeflogen. Ähm. Achso, Karte übertreten. So. Einen Rucksack sehe ich, wo ist der zweite? Ah, da. Lups. Ja, somit ohne Fackel ist das hier echt gar nicht so einfach. Oh, der will mich schon wieder nicht verbinden. Nö, das geht auch ohne Fackel da. In dem Bereich dann. Aber wieder ist ja alles ausgeleuchtet. Du musst echt nur die Licht voll. Theoretisch. Auch praktisch. So, da ist der andere. Den hole ich mir erst mal. Ich glaube mal, du wirst ja am Kopf fassen. Kommt drauf an. Orientieren, orientieren. Okay, ich schwimme auch kurz wieder zurück. Komm schon, komm schon. Bin ich echt so weit oben gewesen und bin dann doch noch gestorben? Wie geht denn das? Hallo? Okay. So, Luft holen. Mit den extrem viel Wasserspinnen hier ist nicht so angenehm, muss ich sagen. Also, ich kann... Keine Ahnung, wo an mir liegt es nicht. Nur dem Licht folgen, sagt er. Ja. Also, diese komische Murmel hier, was auch immer das sein soll, ist beleuchtet. Das Labor, ein Teil ist beleuchtet. Du bist genau auf dem Grund, ne? So fast. Nein, du musst wieder in das Loch da rein. Ich habe doch keine Ahnung, wo das ist. Hast du es irgendwie noch immer nicht rausgekriegt dabei, was ich... Dass ich es sagte. Ich habe keine Ahnung, wo das war. Ja, und wenn ich dem Schlauch folge, der geht dir hier in den Boden. Richtig. Nee, der geht runter. Dann bist du in der falschen Richtung vom Schlauch geschwommen. Das kann ich dir nicht sagen, weil ich sehe hier einen Schlauch. Ja, ich würde dir gerne zeigen, aber das Spiel ist schon wieder nicht sichtbar. Schade. So, hier sehe ich noch mal einen Schlauch. Da ist nix. Da auch nicht. Ja, ich werde dir gerade angeknuspert, aber egal. Da ist noch mal Schlauch. Jetzt wäre es aber schön, wenn ich endlich mal Sauerstoff kriege hier. Ich sehe gerade nichts. Ah, da. Da. Ja. So, mal gucken, ob das hier ist. Aber ich glaube nicht. Nein. Ich komme, ich lasse dich jetzt auch mal in Ruhe. So. Komm. Wie der Kauppmann, da bist du auch viel zu hoch. Nein, nein, die sind direkt auf dem Boden. Um Glauben und Online zu spielen, musst du dich mit einem Live-Konto anmelden. Wolle mich total verraschen. Offline-User? Ja. Ich werde jetzt abgemeldet. Was? Alter. Was? Dieses Spiel, ne? Hä? Ich kann mich jetzt nicht mehr anmelden, Jürgen. Boah. So, ich gehe jetzt mal hoch. Das macht so keinen Sinn. Okay, Freunde. Ich würde sagen, das ist eine Pleitenummer gewesen. Beim nächsten Mal geht es weiter inklusive Rucksack, wenn ich den dann schon habe. Okay, also bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.